Ich latsche die ganze Zeit über sein Land, das passt ihm Null, wirklich Null prozent. Aber ja, einen Kommandanten nicht bewegt. Aber sicher, ich sage, dass du dich hinbewegen sollst, dann bewegst du dich wieder auch noch mal dahin. Not a Chance. Let's go. Komm, eine Runde noch, dann ist es fertig. Dann kann ich gucken, ob ich den hier oben noch machen kann. Er hat aber noch ein paar Runden, zweifelsohne erkennt. Und hier natürlich auch noch ein paar Runden. Wir können die Zwerge noch mal fragen. Thomas ist nach dem Abweißen nicht einfach direkt eingenommen, weil ich gar noch nicht weiß, ob ich es will. Wenn es nämlich Grenzhafen nicht holt, dann will ich es gar nicht. Aber ich hätte es mit dem anderen, glaube ich, direkt einnehmen können, ja, mit dem zweiten General. Warum ich es abgerissen habe? Wir sind noch Anfänger. Weil ich als Waldelf, wenn in der Nähe von einem Baum, den ich aufblühen lassen muss, eine Siedlung abreiße. Dann kriege ich fünf von diesen Blättern. Und ich brauche 100 Blätter. Ich nenne es jetzt einfach mal Salopp Blätter. Aber ich zeige dir das schnell, ja. Erdisch! So. Den habe ich jetzt abgegradet und hier dieses Ritual durchgeführt. Und das ist mein Ziel. Das muss ich bei allen Stellen machen, ja. Okay. Darum geht es. Und es ist so, dass ich hier den Baum aufblühen lassen will. Und wenn ich diese Siedlung niederreiße, dann kriege ich hier diese Punkte. Und zwar fünf Punkte hier drauf pro niedergerissene Siedlung. Darum geht es. Deswegen mache ich den ganzen Spaß. Und mehr Schaden. Why not. Das zählt auch dazu. Das zählt ein. Das ist die Töne. Obwohl es sind nur noch fünf, die ich brauche. Ich kriege drei. Er geht nicht rüber. Zwergen scheint es relativ egal zu sein, glaube ich. Ich mache es jetzt trotzdem. Einkommen aus allen Gebäuden fraktionsweit 10%. No joke. Wenn ich Karak Askeras zum Anwickler die Siedlung für mich beanspruche. Das ist wirklich nett. Ja, Herr, es ist. Ja, okay, doch, lohnt sich. Ich behalte es. Wachstum. Kosten für Magie, Zauberlehre der Bestien. Gebundener Zauber. Für alle Fürsten und Baumältesten. Gibt es den gratis dazu. Vorausgesetzt, die Bami hat noch genug Movement übrig. Dass ich nochmal zurück kann, ja, naja. Dann geht das, dann geht das. Hört euch gut zu wissen. Der Hunter. Master des wilden Hunter. Hunter. Ja, der sitzt hier mit seiner großen Armee noch drin. Ich will sie stoppen. Protektor des Oaks. Ich lebe, um die Armee zu servieren. Ich fülle für den Hunter. Lord of the Forest. Away I go. Ich schaff's nicht bis hier hoch und von hier hinten, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich die Armee in Gefahr gebracht habe, aber... Jo. Die Sisters of Twilight. So be it. Die Sisters of Twilight. So be it. I seek prey. Itching for fresh battle. Bring me battle. Und das Ding ist halt, ich bin ja auch noch im Krieg mit den anderen, nicht wahr? So. Du bist ne Stunde so nicht da. Die dunklen Elfen endlich weg. Ja, die sind komplett tot. Auch die Schiffe. Alles vernichtet. Oh nein, mein Gold. Nein. Es wäre schön, wenn ich jetzt mit ihnen Frieden schließen könnte. Ich nehme dir nach und nach die Küste ein. Das wäre schön. Okay. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich werde nicht meine Präsenten mehr, als du musst. Master of the Wild Hunt. Und war das noch platt? Dass die Menschen jetzt Sulfbar gekriegt haben, ne? Eschel, Spechel. Wenn ihr das nochmal sagen, genau so synchroben. Mein Spechel. Ein Weg. Du hast meine Heilung. Das mit dem Grollbuch, die verzeihen einem nie. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das wirklich auch triggert, wenn es der NPC ist. Mit dem, äh, mit dem Grollbuch der Zwerge. Aber sie geht schon noch hoch bei uns, oder? Die Nation kauft! Komm dann, Messanger! Sprech! Stings hab. Frieden geschlossen mit dem Ganzen. Ja, das ist ziemlich cool, wenn eine Armee ein bisschen länger im Hinterhalt verweilt, so ein paar Ründchen. Obwohl, ich hab's jetzt einmal reingestellt. Dann kann's passieren, dass sie diese Fähigkeit kriegen. Dann hat man einfach 5% eine höhere Chance. Uh, das hat weh. Okay, naja. Er war schuld. Was ich da graben? 10% aus allen geworden ist so fucking viel. Yes. Setting forf. Lady of the Glade at your service. Your orders are acceptable. Onward. I live to serve Arian. Wie viel, die Baumschrate? Oh, yo. Freunde. Ja. Wenn's nur eine Runde dauernd bei denen. Ja, natürlich. Keine Frage. Gar keine Frage. Asbre Mage. So. So, jetzt siehst du's hier. Nico. Ähm. Wenn ich es abreisse, kriege ich hier 5 für den magischen Wald. Und 1 pro Runde, wenn's neutral bleibt. Ich könnte's ausrauben oder selber einnehmen. Wenn ich's selber einnehme, kriege ich aber nur 1 pro Runde. Oder wenn ich's ausraube, gar nichts. Und ich will halt möglichst schnell vorankommen, deswegen mach ich das Ding direkt kaputt. Und jetzt siehst du auch hier, es ist grün und es gibt plus 1. Sound und Bild sind bei dir nicht so in Ruhe. Erstmal F4 gedrückt. Äh, F5 gedrückt. Erstmal F4 gedrückt, passiert nix. Obwohl, ich weiß nicht, passiert was bei F4? Ich glaub nicht, oder? Mal kurz aktualisieren, dass wir das hier sind. Der Riesel. Er hat kein wahnsinniges Interesse. Wie haltet F4? Ja, bloß nicht. Bloß nicht. Das wär'n jetzt so gut. Ich glaub, die sind fix programmiert, dass ich mich mit denen gar nicht verbünden kann. Egal, wie gut es uns geht. Du würdest versuchen mit Worten. Das ist mein Ziel, ja. Was? Damit wir miteinander kommunizieren. D'Arr-Buck, D'Arr-Ruck! D'Arr-Ruck! D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! Ich hab akustisch nicht verstanden, was er gesagt hat. Frieden, willkommen! Mit D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! Wir werden wieder versuchen mit den Dwarven. D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! Ich hab' einfach keinen Bock auf den nicht-dankes-bucked-Roy. Will einfach nicht! Will einfach nicht! Ich bin anständig, äh, ein anstrengender Typ. Wir könnten sie abfangen, dem Tunnelnetzwerk, aber ich seh' darin nicht so... D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck, D'Arr-Ruck! Hierhin aber die vergessen sehr langsam Sachen wie Kriege mit ihnen, Verbündeten, negative Punkte, gute Kriege mit Feinden, positive Punkte, halten viel länger, wo andere Fraktionen deine Taten schon dreimal vergessen haben. Mehr sind es noch. Deswegen sind sie auch selten, bis nie bereit Frieden zu schliessen, wenn du sie aktiv bekämpft hast, außer, sie sind fast tot, zumindest meine Erfahrung. Kann sein, wir uns rausführen. Ich werde halt so lange einfach die Siedlungen da halten oder alle Siedlungen halten, die ich muss. Ne, wir lehnen ab. Äh, wenn er voll ist, gehen wir mit vereinter Kraft drauf. Waren sie dann. Kabut. Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn man den Leuten, also wenn man den einzelnen Fraktionen genug Geld in den Hals drückt, daran ersticken an dem Gold, dass sie dann gewählt sind. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte ihn nicht. So, wir führen das Ritual durch. Eins, zwei, drei. Die drei. Wir werden auf der Erde gewinnen, die großen Religi. Sehr gut. Spellweaver von Athel Dorange. Home to Perfection. Why grant Nestra tools of war? Azrae. We fight for the forests. Accept Ariel's will. The Sisters of Twilight. I called. You called? Wenn das Ritual da durch ist, kannst du hier mal die Spinnen, die bauen und ausprobieren. Das werden wir machen. Wenn so, das werden wir machen. Eine gute Idee. So, wenn es das auch noch ein bisschen weniger kostet. Wir kommen bei den Unsterblichen auf ihre Punkte. Oh, nee, warte mal. Riesenadler haben kannst, geben wir dir natürlich einen Riesenadler. Keine Frage. Bist du sicher, dass man hier die Spinnen kriegt? Highborn! Welche Fraktion empfiehlst du als Anfänger? Ist jetzt nur Ivris fertig gespielt? Äh, ich leite die Frage an meinen Chat weiter. Chat, was würdet ihr empfehlen? Ich persönlich finde, Zwerge sind sehr angenehm. Weil du da zuerst mal ohne Magie auskommst. Die sind ganz cool. Ähm. Ja. 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 Sehr gut. Sprich, wenn du nicht richtig bist. Wenn ich muss. Ja, Baby. So. Jetzt sind dann seine Freunde auch eher gewählter. Ja. Ja. Mit einem Nicht-Angriffs-Packen-Freund, da? Ja. Sehr geil, ne? Sehr geil, ne? Ja. 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 Genau. Ich habe keine Ahnung. Äh. Wot der Sache ist. Wir werden sinn Bis zum Glück nicht. Ja. Danke, Sitten und ich tust dir auch. Gute Nacht an uns. Bei einem Spezialgebäude müsste das sein. Ja, also ich habe schon nachgeguckt. Nix spinnendechnisches dabei. Ah, so. Ein Zwerg. He's trying. He's trying to kill me, oder? Der muss ja viele Bogenschützen. Ich werde mal ein paar Schritte zurückgehen. Für erst seine Artillerie zu töten. Obwohl, das ist, glaube ich, eine Kanone. Eine Artillerie. Die dürfte jetzt halt ein Adler sein, genau. Das ist, glaube ich, eine Artillerie zu töten. Wir haben hier einfach alles drauf. Wieder an. Das ist, glaube ich. Hätte ich die nicht auch zurückgeschickt? Ja? Oh kacke ich hab die nach vorne geschickt, alles versehen. Ich hab die falschen angewählt, das ist es. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 so weit ist was ich. Aber noch gucken könnte. Was sicherlich ganz gut wäre. Erst wenn ich hier sage. Gut. Ich eheere deine Inz Ralph. Ging gut aber Nein. Jetzt kommen die Weltenwandler. Jetzt wird's richtig spannend. Weißt du, wir können uns noch ein Stückchen zurückziehen? Wir können den Hint halt machen sollen dann. Wir rennen natürlich mit allen Zwergen jetzt voll Garacho drauf zu. Und Zwerge sind immer stark. In der Autoberechnung sind Zwerge ab AD stark. Immer. Oh, um. 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 Ich bin die Flüge der Glade. Ich suche Preise. Lord of the Forest! Clear a path! Ha ha! Ich bin der High King. Ich werde dich jetzt hören. Ich werde dich jetzt hören. Highborn! Ich fahre niemand! Die unbridleden glöre der Kampf! Ich bin der Fall! Lady of the Glade, at your service. So, zurück. Merge mit Shadow! Protector of the Oak! Onward! I will make it so. Noch günstiger. Noch mehr. Schneller schießen, irgendwas halt. Der Prudemperfektion. Der Prudemperfektion! Was über mich? Wir werden auf der Erde aufbauen. Großartige Reliken! Mehr Schaden für mich. Das ist gut. Du bist in der Kirche des Königs! Absolut! Approach! Only if you wish! Approach! No! 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 Theoretisch. Positionier mich schon mal. Die haben sich hier gut verschanzt. Wir versuchen es bei den Zwergen nochmal. Es ist halt super unwahrscheinlich, dass es passiert. Vielleicht kommt ja mal der unwahrscheinliche Fall. Aber trotzdem sagt... Ey! War viel Krieg! Ja! 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 Ich bin voll rätsel! Aber was bringen die Erweckungen des Waldes überhaupt? Brauchst du irgendetwas anderes, nützliches? Ja! 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 Die Tentakel des Chaos breiten sich nach Süden aus und verseuchen das Land. Oh nein! Mit ihnen marschieren die Krieger des Chaos. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen ein echtes Malen gehen. Denn Krieg zieht er an. Doch wer konnte die zerstrittenen Stämme ein? Welches Art von Champion hält die Macht in der Erde? Das ist gut für uns, aber auch schlecht für uns. Es ist mir! Ach! Mal schauen! Mal gucken, wo was aufploppt. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 13. Ist ja nicht so viel. Ist ja nicht so viel. Sind die hier auch? Irgendwo aufgetaucht? Nicht. Nur er, da an der Ecke. Anstelle von den Spinnen was anderes Nützliches gibt. Nee, es macht nur, dass bei der Rekrutierung Kampftänzer und Klingensänger drei Ränge mehr haben. Kommandanten haben drei mehr, alle Provinzen. Erfolgschancen für Heldenaktionen, alle Chars 10%. Also das, was links steht halt. Man sieht nicht alles irgendwann in der Cam. Die machen, also der hier und der oben sind nicht so gut. Aber er hier zum Beispiel hat einfach mal 5% Resistenz. Also physische Resistenz aller Armeen. Und raus, Verschleiss. Mehr Magie. Der hier unten. Ja, und einheitentechnisch, ja auch nicht so der Hit, ne. Also er hier hat, ähm, Waffenstärke 10%, alle Einheiten sind halt mega wert. Das ist brutal. So, also wir sind jetzt alle noch im Krieg gegen die Chaos-Fraktion. Das bedeutet auch, dass die Zwerge mich tendenziell eher mehr mögen, weil wir mit den Gleichen im Krieg sind. Das könnte dazu führen, dass wir irgendeinen Frieden schließen. Das verbessert sich aber gerade vehement nicht. Würdest du denn sagen, wenn ich dir einfach so eine Unsumme an Geld gebe? Ja, vielleicht. Und? Wenn ich Glück habe und diese, diese Armee hier runter rennt und das kaputt macht, muss ich mit dem Imperium gar keinen Krieg anfangen. Ich könnte darauf spekulieren. Defender of Truth. By the Conn... Friends of the Empire. Monsterhal... What matters do you bring before us? Monsterhal... 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 Das wird belagert, ne? Die Chosen stehen gut für mich, dass ich, wenn er scheitert, dass ich es holen kann. Es ist aberartig, wie viel XP ich einfach kriege, sonst nehme ich... Ist da noch eine Armee unterwegs oder so? Was schon versucht, die inzwischen Stützpunkte zu errichten, hier hin zu beteiligen und die inzwischen Stützpunkte hier aus. Hier kein Pfad, es gibt theoretisch den Pfad hier. Hier rum. Trotzdem zwei Armeen, wenn ich das blocken will. Das ist die höchste Priorität. Wir ballen durch. Ich bin halt nur davon ausgegangen, dass die Spinnen ein fester Bonus an dem Wald sind, so wie alle anderen auch. Aber es scheint nicht so. Ja, definitiv nicht. Aber wenn es halt wirklich nur der eine ist, also die eine Waldelfen-Fraktion, die da Spinnen holen kann, ist das natürlich total geil, weil es eine gewisse Diversität ins Spiel bringt mit den anderen Waldelfen. Da freue ich mich natürlich, die dann auch mal zu spielen, weil das cool ist, da einfach hinzuspringen und zack, bumm. Ja gut, jetzt ist Archaun da, jetzt haben natürlich alle Angst und alle fangen an Konföderationen und Bündnisse zu schließen. Sag mal, wo kommst denn du her? Eins, zwei, drei. Oben links, hier oben links. Okay. Tresy. Der Wald vorlockt im Angesicht des Wunders der ewigen Eiche. Die Asrei wissen, dass sie nichts zu fürchten haben. Und alles so geschieht, wie der Wald es bestimmt. Was wenn du nennen willst? Was du nennen willst? Kann ich mir auch auf Unterstützung geben? Was du nennen willst? Wenn du nennen willst? Hi, Boon. wir müssen das bauen sie haben es nicht geschafft wir übernehmen das jetzt das habe ich mir fast gedacht einkommen aus allen gebäuden plus fünf prozent fraktionsweit damit machen wir noch mal ordentlich geld dann holen wir das gold und hier das dann ist schon gut ja mit allen ein nicht angriff packt an der stelle aber er hat die chaos fraktion die normalerweise irgendwo hier kommt oder hier kommt das bond jetzt wohl hier oben mutig eben auch einfach gewechselt hat da die waker of trees serene nester tempestuous spellweaver of atel loren die 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 Ich bin Angst, Freundin. Gehe deinen Kratzen. Deine Orte sind akzeptabel. Es ist zufällig. Ich schiebe die lebende Forst. Moment, halt. Sicher arbeiten. Ich habe mich nicht anders zufrieden, aber keine. Ich habe nicht mehr twelve beginnen. Ich habe nicht mehr. Ich bin erlose. Ich hab nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Genau, ich kann lernen, wo die letzte Rausdruppe herkamen. Ja, von genau dieser Stelle, ne. That's it. Er hat zwar hier oben schon eine verdammte Linie eingenommen. Hier, Handelsabkommen aufgelöst. Ordende Lehrmeister, zack. Das war jetzt was mit den Zwergen da. Ah, super, die haben Frieden verhandelt, finally. Gut. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, da wird jetzt alles niedergegangen. Das Neo. Eins, zwei und auf der anderen Seite sind, glaube ich, nochmal drei. Zwei, fünf. Ja, ich weiß nicht, dass wir mit ihnen sprechen, Nesk. You have caused up. Nestra Araha. You have orders? You have my blessing. Your request is reasonable. And who is it then? Let's see. How does it look? Stand and I'll hear your demands. I will. He is aber glaube ich gleich tot. Valiant. Whether you're chivalrous or not. Armored, do you know who I am? What vile filst that? It verbessert sich bei allen. The old Bortonia. Yes? So. Deliver your missive and... I'm so excited when they're here. Because they're going with... I believe that they're here... ...and they're going to fall in. Then I can with the Imperium Frieden schließen. I'm so excited about now already Bündnisse to make and everything. ...and am Ende geht's dann schief. Mache ich jetzt mal lieber nix. Wie viele Runden noch? Drei. Drei und dann den oben links. Ach ja, kacke. Den wollte ich eigentlich weiter bewegen. Dort ist die Chaos doch nur ein und nicht schwer oder sowas. Ja, die war nur ein. Also Chaos-Fraktion ist nicht auf leicht, mittel, schwer oder sehr schwer oder legendär. Die ist einfach nur eingeschaltet. Und dann spawnen da einfach mal 13 und oben links 5. Ich würde mal sagen, das sind viele. Dann föderiert, ja. Weil die Ostlande sind natürlich... ...die im Blatt, die gehen drauf. Sie ist Dawn und ich... ...Wandelsabkommen? Ja, ich bin da noch dabei, direkt einen Nicht-Anges-Pakt reinzudrücken. Was meinst du? Let's go, ne? Die Chaos-Fraktion im Süden ist, glaube ich, schon noch da. Eine Runde noch für die Drachen. Oh, kacke. Okay, er hat mega viele, äh... Raumschrat. Warte, warte. Er hat super viele Barbaren dabei. Sie sind gar nicht so stark. Also die hier sind super schwach. Die sind recht mächtig. Das hier sieht mir nach einem kompletten Mix aus. Das hier, ein Großteil davon ist nicht so gut. Die sind okay, Rauskrieger. Diesen hat. Aber die kriegt man eigentlich da auch. Richtig. Nur meine sphergischen Freunde. Also wenn die zwei Frieden geschlossen haben, wo ist er? Hier. Dann können wir mit dem jetzt ein Schutzbündnis und alles machen. Militärisches. Dann müssten seine Freunde... Zwergen. Ja, Zwergen. Wir dürfen zurück. Auch weil es weniger kostet, wenn sie hier stehen. Richtig, glaube ich, später. Ich will mit den Zwergen jetzt direkt Frieden schließen. Die wollen ja nicht. Hinterhalt lege. Hat er das auch schon gekriegt? Jungs von der Verbotenen geht. Und rennt er irgendwo rein? Ich stehe einfach nur da. Du kannst es haben. Wenn nicht. Hier ist totale jura des Sishan. Die Rauskrieger sind vom Stärkenverhältnis her stärker als ich. Muss ich kämpfen, sonst verliere ich es. Wenn ich mich nicht so doof angestellt hätte. Ich war noch im Gewaltmarsch. Sonst hätte ich eine Falle legen können. Hätte ich hingehen können. Oder es ist irgendwie anders Regeln, dass ich ihn angreife und dann Blitzkrieg... Blitzangriff. Blitzkrieg. Jedes Mal dieser Blitzschlag. Diese Fähigkeit. Die haben wir nämlich freigeschaltet bei ihm. Könnten einen von beiden rauspicken und den voll prügeln. Pull back! Weywatcher! Moment! Ready! Steady! Immediately! Rise! Quickly! Now! Deepward Cavalry! Sie haben keine fliegenden Einheiten. Keine, die auch fliegende schießen könnten. Die Waffe ist geboren. Ritley! Apte! With haste! Apte! I turd! The Chaos will ready. Cavalry! Ich habe keine Ahnung was die da veranstalten, für mich ist es relativ glatte. Wenn sie da so blöd sterben wollen, sehen sie das du. Okay. Okay. Wow, die gesehen wie der gedreht hat? Wollte wie jeden Preis treffen, ne? Okay. 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 Ich will auf keinen Fall, dass wir hier flankieren. Wir sind bereit! wir haben 93 getötet 9 und 3 es sind nicht so viele also ich habe das wusstet jesus ist nix und jetzt natürlich zurück man den pute gehen wir rüber mit dem anderen schneiden wir ihn ganz links den weg ab haben wir die hier auch zurück gedrängt ja die falken die falkenreiter sie haben nur artillerie die in den himmel schießen kann das war's das ist alles suchen sie noch mal mit den zwergen Hör nicht! Geh mir nicht zufrieden, meine Presence. Noch länger, als du musst. Sie wollen das nicht. Ich bleibe einfach nur mit Sture. Es ist abartig, wie viel Mavendit. Das ganze ein bisschen hochgeskillt hat, plachten. 1, 2, 3, 4, 5. Wo kommen die her? Sind die von hier rüber gerutscht? Seid ich nur hier achauen. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Sind wohl einfach alle da oben gespawnt und rennen jetzt runter wie die Ehren. Aber hier, wo kommen die alle her? Das ist eine sehr gute Frage. Wo kommen die eigentlich alle her? Ja, ich habe den immer noch nicht gehört. Wer kenne? Ich bin bereit, zu sprechen. Ich hoffe, deine Worte sind wunderschön. Nicht möglich. Wir können nicht. Ich bin bereit, zu sprechen. Ich hoffe, deine Worte sind wunderschön. Nicht in meinem Namen. Aber die müssten ja hier eigentlich auch die totale Zerstörung hervorrufen, nicht wahr? Die müssten ja eigentlich auch voll durchrennen. Voll drauf zu. Ich bin bereit, zu sprechen.